guten tag liebe leute ich habe es in den letzten ja wie soll ich sagen in den letzten kommentaren ja ordentlich gesagt bekommen ja wann kommt endlich wieder coc und ja crs ja scheiße und ihr habt ja gesehen klar es hätte natürlich ein besserer mix zwischen beiden sachen sein sollen aber wenn ich halt wirklich gerade in dem flow bin muss ich wirklich sagen dann ist es einfacher wirklich in anführungsstrichen mit einem video halt durchzuziehen und dann wirklich einen abend lang sage ich jetzt mal wirklich die eine das eine spiel halt durchzusuchten besonders wenn man halt gerade so im groove drin ist so deswegen gab es jetzt so viel cr so es sind es sind sogar noch zwei folgen am start die immer noch laufen und dann kam ja auch die sachen ja weil ich ja auf facebook schon das bild gepostet hatte und wo es darum ging dass ich ja 2100 pokale mittlerweile habe ja aber du hast ja im video noch 1500 wie gesagt an alle an alle an alle an alle klar ich produziere vor wie gesagt habe ich ja schon 20.000 mal gesagt und ich produziere auch teilweise lange vor also man kann es unter umständen sogar wirklich mal haben dass ich fast eine woche vor produziere und wie gesagt da ist das so also es ist einfach nicht anders wir gucken mal wir sind in einem cw wir sind in einem ganz anderen klaren warum denn das weil wir 50 versus 50 machen wollten und jetzt will ich ja mal kurz gucken wenn ich jetzt in die kriegs details gehe schade leihen es raus mal aber hier die kommen garantiert wieder also null zweier weiß ich hundertprozentig dass er wiederkommt troller könnte ich mir auch vorstellen bin ich zufrieden ne nicht zufrieden bin ich wie soll ich sagen bin ich zuversichtlich dass das was wird ansonsten sieht das hier ganz nice aus die verteilung scheint zu kleben und und zwar hier den sollte man also locker tustern klar und im besten fall natürlich sogar noch ein three star hinlegen weil die base selber ist schon sehr low mal schauen also ich denke mal hier ein earthquake da ein earthquake und dann hätte ich die sozusagen schon mal eigentlich komplett auseinander gespläschelt mal schauen werden wir mal sehen wie das so abläuft ansonsten sehen wir jetzt natürlich dann gleich noch mal einen netten fight auf hoffe ich mal dass er nett wird ich gemme hier meine paar trüppchen noch zusammen dass wir hier noch ein paar bowlerchen ja ein netto ach egal wie interessiert ok ok so das passt da rein das passt da rein wir gucken uns noch mal kurz an ganz genau jetzt brauche ich natürlich logischerweise Irgendwas und ein earthquake klar weil sonst sitzt da drei earthquakes leicht fehl logisch gucken wir mal wie hier die spenden Bereitschaft ist im clan ob jemand und alter ist das total hardcore shit junge guckt erst euch bitte mal an 20 minuten bis man das nächste mal anfragen kann das ist schon wirklich richtig richtig hart und da sieht man halt wirklich auch diesen ja diesen klaren vorteil also beziehungsweise sieht man hier natürlich nicht aber wenn man dann die ganze zeit irgendwie klar ich glaube mittlerweile sogar klaren level 9 ich weiß nicht hundertprozentig aber ich glaube wir sind mittlerweile klaren level 9 aber wir können das ja nachschauen es ist ja nicht so dass war das nicht sehen können ja gehen wir auf lesezeichen dann gehen wir hier einfach mal auf keep count 9 keep count 9 ganz genau also das läuft natürlich auf jeden fall ja hier wird gespendet und der earthquake ist schon drin vielen dank dafür das ist nice dann können wir nämlich gleich los rocken und das machen wir jetzt natürlich auch also wir gehen gleich mal los und wie gesagt sorry wenn halt wirklich mal mal mehr coc oder es wurde ein gift gespendet alter alter hast du schmerzen ja das bringt mir jetzt gar nichts das bringt mir jetzt irgendwie so gar nichts aber da mit der eagle artillerie sonst hätte ich mir gesagt der hat natürlich megamäßig geilen loot gehabt aber das ist natürlich echt schade mit dem mit dem earthquake das ist keike das ist definitiv eine sache die nicht passieren darf auch wieder adler artillerie und hier kann man sie leider nicht so knacken also mhm da so dann mit mauerbrechern rein aber eh ich bei der adler artillerie gelandet bin ich will es ein bisschen chilliger haben jetzt besonders weil ich halt nicht irgendwo was aufsprengen kann auch nett vom loot vom loot auf jeden fall ganz nett aber beide auf single nicht so schön ansonsten muss ich wirklich sagen ist die aufteilung natürlich echt mega genial also du kannst einfach rein juckeln und dann passiert egal was also du kannst eigentlich jeden relativ gut fertig machen sagen wir es mal so dann reißen wir das mal hier so das war wenigstens noch hier ein bisschen schaden rein ballern und dann kommen hier ein paar bowler dann kommen ach ja genau genau richtig ist ja fast das gleiche wenn ich die heiler mit den bowlern verwechsel und dann gucken wir mal hier naja komm bitte der magiaturm sollte schon noch down gehen weil ich will nicht zu krass genau ich will nicht zu krass hier meine meine bowler verbraten auf keinen fall und dann gucken wir mal hier noch ein paar bowler rein zack 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 den gift ja können wir hier auf ein riese droppen queen king ah die queen rennt hier irgendwo rum die da brauchen wir sie gar nicht lass es bitte nicht schon zu ende sein das wäre ein bisschen scheiße das wäre hochgradig kacke doch das war ein totaler griff ins klo also man kann es auch total verkacken ja pokale runter und kein loot bekommen ist natürlich richtig kacke ja der ist gerade richtig eskaliert ja soviel dazu Dankeschön da ist der 0 2 ja wieder ganz genau so wie wir es haben wollten ah ärgerlichst ärgerlichst mit dem mit dem angriff gut okay da reiße ich mir jetzt gar nicht mal so den hintern auf das ist nun mal nicht anders aber ich guck gerade mal was ich mit meinen ressourcen noch anstellen könnte ich habe hier die mauern weiter gemacht so dann gucken wir mal ob hier eventuell noch einer gut abgeliefert hat weil ich habe es natürlich nicht gemacht ja okay ist natürlich auch nicht schlecht den sowas sehe ich natürlich jetzt momentan oben gar nicht aber wie gesagt der 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 liga bonus ist schon echt nice dass das passt eigentlich und ja wie gesagt also mit dem bowlern das geht ganz ganz chillig weg auf jeden fall da muss man sich nicht wirklich anstrengen es sei denn man verkackt gerade wie jetzt gerade eben und ansonsten läuft das eigentlich ganz gut Alter 550.000 Alter das ist schon ziemlich männlich und ich meine bei so einer base sind wir mal ehrlich das ist natürlich ja gar nichts Kriegt er noch ein bisschen was dunkles also ich meine die bohrer obwohl ich würde gar nicht auf die bohrer gehen wenn dann halt wirklich hier aufs dunkle elixier lager aber das wird nichts mehr weil in den bohrern selber ist halt natürlich nicht viel drinnen aber so grundsätzlich loot ganz nett gucken wir mal hier alex haut auch nochmal 48 oh ja auch nett aber überlegt mal das beides zusammen hat der vorgänger fast allein nur an elix gehabt das ist schon ziemlich nice gewesen und ja erzählt mal bitte jetzt wo ich gerade das ding hier so in der hand habe hier hallo von wegen product placement und sowas also wie ist das überhaupt zustande gekommen mit diesem sage ich jetzt mal beef dass man halt ähm als youtube nutzer als abonnent halt da so angestachelt drauf reagiert also habt ihr das bei irgendeinem mal gesehen und das ist dann im nachhinein rausgekommen oh der hat das ja gar nicht so äh gemacht beziehungsweise er hat ja effektiv doch da irgendwie kohle für bekommen und hatte das halt nicht gekennzeichnet oder wie wie lief das ab dass das so böse sage ich mal die riesenbombe fickt die immer zu hart ähm dass das so krass äh negativ aufgefasst wurde das würde ich mal gerne wissen weil irgendwo muss es ja für alles einen grund geben logischerweise das würde mich mal interessieren aber ja wie gesagt ansonsten ist halt eben wirklich so also wenn natürlich dann immer gedacht wird boah alter product placement und so weiter und so fort wie gesagt stellt euch also für diejenigen die sich das halt nicht so ganz vorstellen können ähm ich ich sage das einfach nochmal kurz auch auch mit mit youtube also wenn die halt wenn ich halt die 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 frage immer wieder bekomme oh hier wie viel verdienst damit und sowas wisst ihr ja darf man halt nicht sagen klar aber ich kann es euch soweit schon mal sagen ähm es ist weniger also im monat ist es weniger als ich an einem tag mit meiner normalen arbeit verdiene also und momentan viel weniger also von daher wisst ihr ungefähr äh das ist jetzt nicht so der hit also dass man jetzt sagen würde boah alter äh der youtube boy der macht hier seine fette kohle damit so ist es definitiv nicht aber wie gesagt ist ja einfach also grundsätzlich natürlich so eine hobby geschichte und wie gesagt fürs hobby denn noch geld verdienen ist natürlich schon mega nice ganz klar aber wie gesagt so dass ihr das mal wisst wie das so nochmal abläuft und das soll es gewesen sein wie gesagt ich weiß noch nicht ob ich die nächsten tage beziehungsweise heute noch dazu kommen noch mehr coc aufzunehmen ich kann es mir aber gut vorstellen dass ich nämlich jetzt äh clash royales ein bisschen wieder hinten anstelle momentan bin ich dabei auf wieder runter gefallen weil ich hatte jetzt glaube ich knapp ich bin der meinung knapp unter 2200 pokies bin ich der meinung und dann bin ich jetzt wieder runter gefallen auf 1900 und und hab dann aber wieder die kurve gekriegt und bin wieder oberhalb der 2000 und das ist schon cool bei meiner taktik sage ich jetzt mal das läuft eigentlich wirklich ganz 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 nice das freut mich und wie gesagt finde ich halt richtig cool dass ich so weit nach oben gekommen bin und das war's dazu jo haut mal rein ich wünsche euch was ciao ciao